Hoch! Hoch! Da war die Feder! So, zwei von drei hab ich bis jetzt nur. Schauen wir mal gerade. Ach du dicker Jährigen! Hier sind ja schon wieder so viele Leuchttürme. Also äh... Aussichtspunkte. Wieder haben wir fest! Schöne Ding! So, den einen Turm, also den einen Aussichtspunkt werden wir jetzt mal... ...mal bestatten. Äh, gestatten. Äh, ich glaube das wird eine mega geile Aussicht. ... 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 Du scheiß riechige Kugel, verarsch mich nicht. Da komme ich noch nicht hin. Großes Kino. Aussichtspunkt komme ich noch nicht. Zur Feder komme ich noch nicht. Jump! Jetzt habe ich mal einen Körper machen können. Plansch, plansch, plansch. Ja, ich kann die scheiß Fähre nun mal jetzt noch nicht erreichen. Da. Äh, so. Okay, und wir reinnehmen. Das gleiche Dorf, was verbrannt ist. Scheiße, ich lösche so viel. Ich lösche. Morgen, Faulstück! 早 ist dieses Spiel sogar in sich, zwar stetsich, in den juli diesen Jah tra idealen. Damit ich nicht ganz zuez essen kann. Nee, ich lesz noch ein bisschen, ich glücklich einige Fr decret? Ich lese aus, ich bin alle, unbevollziehbar in den Cithler. Aber ich bin alle, ich bin Harm im Webster. Nein, sag nicht weil ich so fit bin oh Tomahawk und Pfeil schütze Das war's. Was ist das denn, ist das Nase? Der spricht so gelangweilt irgendwie, in verscheinender Sprache. Halten, um die Falle im Geräterad auszuwählen. Dann Y halten, um sie an Ort und Stelle außen zu bringen. So, äh, so. Äh, Arschloch. So. Ah, was haben wir denn hier? Köder, Falle, Wurf, Pfeil, Bogen. Wieso soll ich denn Y drücken, du Vollidiot? So. So, let's clean. Jetzt kriegen wir auch so eine kleine Einweisung hier, ein neues Tutorial, sozusagen. Aber, ich sehe jetzt nicht sonderlich viel. Mein Hals ist so kratzig. Das verstehe ich nicht. Wir haben so viel Gutes getan. Wir haben Sklaven befreit. Wir haben, äh, 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 und so, ne? Wir haben den, 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 den Indianer geholfen, ihr Territorium zu verteidigen. Und jetzt kommt der Typ, der, der uns die ganze Zeit geholfen hat und greift einfach mal ein Territorium an. Was stimmt mit dem nicht? Was ist da los? Muss, Maiden, helfen, Maiden. Scheiße, ich habe den ganzen Namen schon wieder vergessen. Aber, äh, äh, finde beim besten Willen kein Reh. Oh, soll ich da auch eine dicke Pfeile bauen? Mit Hinweisen im Suchgebiet. Schlau hast du. Ah, hier. Ah, hier. Das heißt, ich muss mich anschleichen. Pssst, jetzt ganz ruhig. Vor allem, weil es uns nicht riechen kann. Und diese Blätter bewegen sich total, natürlich. Sicher. Nausrad. Ja, komm. Dann schauen wir mal. Hirschweich. Hirschmark plus eins. Hirschschwanz. Hirschherz. Hirschgehirn. Hirschhirsch. Hirschweide. Alter. Das Tier hing doch nur an der Schlinge. Hasenfleisch plus eins. Ich darf nicht mit dem Pfeil schießen? Hassenfleisch. Haben wir jetzt Nachschritte. take reflöden. Was고 Dann wurde dein Pfeil serviert? Ja, ich glaube. Ich bin das Schweine das Herz gemacht. Aber da kam wirklich hartmost da. Was war denn hier? Nicht weiter. Oder was ist das denn? Ist das denn? Ich habe dann schon mal. Ach. Off faszieg. Ich habe dann das Labor. Tschüs? Ich bin ein Schmaß. Ist das ... Was? Mehr als eine Tierart jagen? Hier halten und dann das hier hinten noch, dann haben wir drei verschiedene Tiere, Luftattentate, dafür müsste ich mich mal auf einen Baum schwingen. Oh, guck mal da. Hinweis analysieren. Alright, ich habe den Bösen herausgefunden, ich weiß wer der Mörder ist. Wo kommt hier jetzt auch noch ein Baum? Das ist auch ein Baum, ein Baum, ein Baum. Hoch. 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 Luftangriff mäßig. Ist noch einer aus der Luft und dann in your face. Hoch. Okay, komm ich da hoch? Nein. Ähm. Wo komm ich denn hier hoch? Hier nur da durch. Okay. Okay. Bleib geschmeidig. Aber ich will nur mal Attentat machen. Ich will das wenigstens mal schaffen. Sonst habe ich ja auch nie. In your face. So. Köder und Falle kombinieren. Okay. Scheiße. Ja, jetzt habe ich eins wieder nicht geschafft. Scheiße. So, bei allem wir uns mal lieber. Das soll ja schon dunkel werden. Das soll ja schon dunkel werden. Kopf. Auf. Ist es da aus? Oh nein, ich will das. Oh du Fuss. Oh oh. Woa! Los, fach doch aus. Wo ist er hin? Ich muss rennen. Wo ist das scheiß Bärchen? Wo ist er? Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Den hole ich mir. Habe ich dich mit einem Schuss getötet? Das glaube ich doch selber nicht. Ja, du scheiß Bär. Was kriege ich jetzt? Wo ist Bruno? Vor allem lässt er uns da einfach so ganz alleine im Stich, unser Kollege. Direkte Mongo. Irgendwo. Nee, nicht. Gibst du Ruhe, Katze? Gibst du Ruhe? Ach so. Das war's schon. Mit dem. Da holten wir mal den Chip nochmal, ne? Hirsch Fleisch. Hirsch Mark. Hirsch Schwanz. Hirsch Herz. Hirsch Hirsch. Hirsch Schwarz. Hirsch Schwarz. Tye Fighter. Na du Schisser. Ist er gerade aus, wenn er auf sein Handy oder sowas gucken würde. Hein? Und? Ich habe die Karte abgelehnt. Ich habe die Karte geliebt. Ich habe die Karte geschehen. Platz da. Ich bin wichtig. Hallo, Ohmchen. Ah, hallo, Püppchen. Was haben wir hier? Naja. Oh, dann. So, ich muss jetzt mit der alten Schachteler sprechen. Ein denkwürdiges Erlebnis. Dich nerve ich mir heute Abend vor. Oh, oh, oh. Psst. Ruhe. Ich nehme auf. Perritte Mungokatzen. Perwoll. Psst. 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 Oh! Ich bin ein Hoh-Hoh-Hoh! Ich bin ein Hoh-Hoh-Hoh! Ich bin ein Hoh-Hoh-Hoh! Holy shit! Willkommen, Dächter! Bist du ein Geist? Betrachte mich als einen solchen. Wo bin ich? Du bist, wo du vorher warst. Wenn du fragen willst, was du im Moment siehst, wir nennen es den Knoten. Von hier werden Wahrscheinlichkeiten berechnet, auf dass der richtige Pfad gegeben wird. Welcher Pfad? Jetzt wird es ja richtig mystisch hier! Was ist da los? Oh, schön! Wer ist Kopfseeadler? Was hast du mit mir gemacht? Eine Form gelegt, die deiner Kultur entspricht. Sie erleichtert uns die Navigation. Juhu! Wir haben Jahrtausende auf deine Ankunft gewartet. Du! Wir tun uns das letzte Stück drin, auf das wir die Tür öffnen. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht? Deine Worte verursachen Schmerz. Dr.